Soooo Aufnahme läuft 40 A4PX, wir sind in der Season Let's fucking go Wir starten schon mal sehr gut Die Klappe Duplikat oder Anhänger? Naja, ähm Hm, na Es gibt Schlimmeres? Jaa Jaa Also ein cooler Charm wäre besser gewesen Und die Klappe Für eine Schlag kann jemand eh nicht benutzen Kommt schon den Chibi Sehr unauffällig in diesem hellen Grün Ja, ne? Chibi Hey, die ist schön Zum Glück spielst du jeden davon so oft Ja, ne? Hm Ich bin Frostmane, weißt du doch Auf Aha, da haben wir's doch Da haben wir's wieder Schon wieder so hell Ja Jaa Hm Es blendet nicht ein, you know? Also ein Black-Eis gönne ich dir natürlich Duplikat? Ich hol den Knüppel Nein, nein, ein richtiges Black-Eis gönne ich dir Ui Kann ich das noch nicht haben Und jetzt hast du's Ui Duplikat? Ne, ne Also es ist ja an sich ganz hübsch, aber es sieht eher aus wie, äh, so ein universeller Screen, weißt du was ich meine? Nein, das ist einfach nur gelb Ja Nur mit Klebeband hier dran Was man eh nicht sieht Ja Na doch, hier vorne ist schwarz, ne? Aber ansonsten Es ist einfach nur gelb Aber eh, 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 es ist kein Duplikat Jetzt ziehen wir wieder zu den Flops Oh guck mal, ein SMG-11-Skin Das ist doch schön Und schöner wäre natürlich Black-Eis für die SMG-11 Nein, nein, ich gönne dir das, ich gönne dir das Plaseutraaaa Oh, mei Das ist doch vielleicht auch ne schönere Komm, Black-Eis, na, vielleicht nächstes Mal Vielleicht nächstes Mal Wuh, wuh, duplikat Wuh, wuh Ziemlich viel blaue hier Hey Paramilitär-ri Das ist doch ganz nett Mhm Bei dir ist dann gebleibt so Ach komm, der ist, der ist, der ist, der ist lieblich Ich benutze im Moment, ich glaub nen Teddy Ja, das ist hässlich Wer fällt mir dazu auch nicht ein? Wuh, wuh, wuh Wer sagt, hä? Wuh, die ist ja ganz hübsch Ein Chibi, komm Oh, guck mal, Valkyra Das war doch etwas, was man damals erspielen konnte Äh, doch, ein Valkyris Geburtstag, glaub ich Ne, ich glaub das sah ein bisschen anders aus Genau dasselbe, aber ein bisschen anders. Parabellum. Wupp wupp, Duplikat. Wupp wupp. School Rain. Wupp wupp. So, du warst langsamer, na ja. Hä? Na ja. Hm? Was episches. Ah, episches hatte ich doch schon einer. Was willst du denn noch? Ich dachte, du wolltest nur der Geister. Ja. Yay, Patrick. Ah, okay, komm. Weißt du das? Oh Gott, es ist der Standard-Skin. Das ist mehr episch, als das von eben. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht auch nicht das Beste. Oh, guck mal, da guckt irgendwas raus. Oh komm, jetzt aber. Ich drücke die Daumen. Ach so, man darfst dich schon für jede Waffe hart. Ja. Ich dachte, für die Waffe hattest du sogar Black Ice, ne? Ja. Für die PMM habe ich Black Ice. Oh, kommt schon ein Chibi wenigstens. Oh, einfach Chibi. Na, Chibis sind einfach süß. Hm. Damit habe ich sieben Chibis, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele ich hatte. Ich hatte letztes auch einen Chibi bekommen. Wind Bastion. Ich habe mal Kyrie Chibi. Hey, die Skins von damals sind jetzt... Also, die Season-Skins von damals sind jetzt... Oh, oh. Warte, wenn das Wind Bastion war. Ember Rise, Goyo kam nach Mozzie, ne? Mozzie kam nämlich nach Wind Bastion. Kam Outback und so. Und Goyo mit den Amaru... Ich glaube, das war der Kaffee-Rework, oder? Warum? Damit kam Ember Rise. Das heißt, in zwei Seasons gibt's Ember Rise und Alpha Packs. Du weißt, was das bedeutet. Grandmother! Der ist gut. Dann werf ich meine Waffe demnächst auf die Leute. Oh, ja, 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 ja. Anfang, wir sind hier nicht in Borderlands. Du hast keine T-Dior. Oh, Hamburger. Top. Was, das gibt doch nicht mehr... Hä? Oh, Hamburger. Oh, Hamburger. Oh, noch einen. Den habe ich schon. Wie viele Alpha Packs hast du noch? Ich will sehen, wenn's aufhört. Für jedes Duplikate habe ich natürlich noch ein neues aufbekommen. Also, ich meine, bis jetzt ist das einzige Highlight dein Shibi gewesen. Vielleicht kommt noch einen. Oh, wie. Aber dafür hast du doch auch Black Ice. Ja. Ja. Aber, hey. Es sieht nicht scheiße aus. So ist es nicht. Ja, aber nicht besser als Black Ice. Ja, aber man kann ja nicht immer nur Black Ice drauf haben. Ist ja langweilig. Also, bis jetzt ist das Highlight trotzdem der Shibi. Der Frost-Shibi. Mhm. Aber schon musst du doch eine wirklich gute Sache da rausbekommen. Ich glaube, davon habe ich jetzt ein ganzes Set für ein Astro. Was ist so... Wie mit Kanada, ne? Aber der ist tatsächlich ganz hübsch. Ja, wenn man ihn lesen könnte, der ist so dunkel. Das ist mal ne gute Sache. Der Milky Way. Der Milky Way, siehst du? Jetzt mal ehrlich, wie viel hast du noch? Ui! Die ist hübsch. Das ist sehr hübsch. Das ist blau. Alter Schwede. Okay, das ist nice. Das ist nice. Das gehört auf jeden Fall schon mit zu den Highlights. Ich gebe denen Platz 1. Und spiegelt auch deine Sexualität wieder. Pink? Was? Nein, oben ist ein bisschen rot. Also, das ist das Highlight bisher. Muss doch schon sein. Das sieht am besten aus. Ja, stimmt. Gut, dass ich so oft Termite spiele. Ich habe schon noch ein Chibi. Die Skins konnte man sich doch vor einiger Zeit holen. Das ist nur gut, wenn Dings wiederkommen würde. Äh, rot. Oh, jetzt vielleicht ein Black Eyes? Äh, nein. Ein Duplikat. Die denken nicht. Die haben nicht mal an Black Eyes gedacht. Nicht mal ansatzweise programmiert. Das ist es. Genau dieses eine hier. Das letzte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ist aber hübsch, die Waffe so ist nicht. Die habe ich auch. Die haben auch so einen Skin für die Main Waffen. Zumindest Szecke. Aber zusammengefasst war das große Scheiße. Bitte drück ab. Drück ab. Drück ab. Also ich finde, ich sollte deine Alphapacks eröffnen. Das kann man sich ja langsam echt nicht mehr geben. Nein. Das waren jetzt 41 Alphapacks. Naja, bis zum nächsten Season. Und das Highlight war? Ganz okay. tweicht. Papier.